Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Baumharz, auch bekannt als Baumgummi oder Baumsaft, ist eine klebrige Substanz, die von Bäumen produziert wird. Es hat eine lange Geschichte in der traditionellen Medizin und wird aufgrund seiner zahlreichen heilenden Eigenschaften geschätzt. Es gibt verschiedene Baumharze, die sich als besonders wirkungsvoll erweisen haben und bei verschiedenen gesundheitlichen Problemen helfen können. Beginnen wir mit den Inhaltsstoffen von Baumharz und wie sie zur Wirksamkeit beitragen. Baumharz enthält eine Vielzahl von Verbindungen, wie zum Beispiel ätherische Öle, Terpene, Flavonoide und Harzsäuren. Diese Inhaltsstoffe haben unterschiedliche biologische Aktivitäten und können entzündungshemmend, antimykotisch, antimikrobiell und antioxidativ wirken. Aber wofür kann Baumharz verwendet werden? Es hat sich gezeigt, dass Baumharz bei verschiedenen Erkrankungen und Beschwerden hilfreich sein kann. 1. Atemwegserkrankungen Baumharz hat entzündungshemmende Eigenschaften und kann bei Erkrankungen wie Bronchitis, Asthma und Sinusitis helfen. Es kann den Husten lindern, Schleim lösen und die Atemwege beruhigen. 2. Hauterkrankungen Aufgrund seiner antimikrobiellen Eigenschaften kann Baumharz bei Hautinfektionen, Akne und Ekzemen helfen. Es kann auch die Heilung von Wunden und Verbrennungen fördern. 3. Magendarmbeschwerden Baumharz kann bei Verdauungsbeschwerden wie Magengeschwüren, Sodbrennen und Durchfall lindernd wirken. Es kann helfen, den Magen zu beruhigen und die Schleimhaut zu schützen. 4. Gelenkschmerzen und Entzündungen Die entzündungshemmenden Eigenschaften von Baumharz können bei Arthritis, Gelenkschmerzen und Entzündungen helfen. Es kann die Schmerzen lindern und die Beweglichkeit verbessern. Baumharz ist eine faszinierende Natursubstanz mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Hier sind einige der wirkungsvollsten Baumharze und ihre Anwendungsbereiche. 5. Weihrauchharz Weihrauchharz hat entzündungshemmende und schmerzlindernde Eigenschaften. Es kann bei Erkrankungen wie Arthritis, Asthma, entzündlichen Darmerkrankungen und Hautproblemen wie Ekzemen und Psoriasis helfen. 6. Propolischharz Propolischharz hat antimikrobielle, immunmodulatorische und antioxidative Eigenschaften. Es kann bei Infektionen im Mund- und Rachenraum wie Halsschmerzen, Zahnfleischentzündungen und Mundgeschwüren helfen. 7. Kopolharz Kopolharz hat reinigende und energetisierende Eigenschaften. Es wird in der spirituellen Praxis zur Reinigung von Räumen und Energiefeldern verwendet und kann auch bei Atemwegsbeschwerden und bei der Linderung von Stress- und Angstzuständen helfen. 8. Sandelholzharz Sandelholzharz hat beruhigende und entzündungshemmende Eigenschaften. Es kann bei Hautproblemen wie Akne, Hautausschlägen und Entzündungen helfen. 9. Sandelholzharz wird auch in der Aromatherapie zur Entspannung und Förderung des emotionalen Wohlbefindens verwendet. 10. Kiefernharz Kiefernharz hat antiseptische und schmerzlindernde Eigenschaften. Es kann bei Wunden, Schnitten und Insektenstichen helfen. 10. Kiefernharz wird auch zur Unterstützung der Atemwege und zur Linderung von Erkältungssymptomen eingesetzt. 10. Kiefern Wenn Sie Baumharz für medizinische Zwecke verwenden möchten, empfehlen wir, dies mit einem erfahrenen Naturheilpraktiker oder Arzt zu besprechen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durchunddurchgesund! 10. Kiefern